Hi, ich bin Jona und mache meine Ausbildung zum Industriekauffmann bei Sola Lux. Hi, ich bin Enrique und mache auch die Ausbildung zur Industriekauffrau. Das hier ist unser modernes Firmengebäude, in dem du deine Ausbildung starten wirst. Hier sind alle kaufmännischen Abteilungen und die Produktion unter einem Dach. Außerdem findest du hier unsere Ausstellung, wo sich Kunden zum Beispiel unsere Faltanlagen oder Wintergärten anschauen können. Am Anfang der Ausbildung durchläuft man jede Abteilung der Produktion, um die Abläufe kennenzulernen und überhaupt zu wissen, was hier hergestellt wird und verkauft wird. Hier in der Ausbildung durchläuft man fast alle relevanten kaufmännischen Abteilungen und ist direkt im Tagesgeschäft mit eingebunden. Besonders gut gefällt mir hier die familiäre Atmosphäre. Jeder ist hier per Du mit dem anderen, egal ob Lkw-Fahrer oder der Chef. Außerdem wird man direkt mit ins Team eingebunden und als gleichwertiges Mitglied behandelt. Dadurch kommt direkt eine gute Stimmung hier rein, eine lockere Stimmung. Besonders schön sind auch die hellen Büroräume, da hat man immer viel Tageslicht. Und egal ob jetzt meine Azubi-Kollegen, die ich jetzt neu kennengelernt habe oder in den anderen Abteilungen, überall ist das ein super nettes Team, man kommt mit allen gut klar und wird integriert, als wäre man schon jahrelang da. Mein bisheriges Highlight war das Elterngrillen, was hier am Anfang von der Ausbildung stattfindet mit allen neuen Azubis. Dann bringt jeder seine Eltern mit und dann gibt es hier eine Unternehmenspräsentation, eine Unternehmensführung. Da kann man seinen Eltern stolz den neuen Arbeitsplatz zeigen und am Ende wird gegrillt, gegessen und da kann man sich nett unterhalten. Generell sind die Übernahmechancen recht hoch. Man kann unter anderem auch ein duales Studium nach der Ausbildung machen oder einfach in seinem Bereich weiterarbeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020